Sie tun es eher auch und die hier sogar während sie fliegen, schlafen. Ob Tier oder Mensch, die nächtliche Ruhe ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Ohne geht's nicht. Doch was genau in unserem Körper passiert, während wir schlummern, ist noch immer nicht restlos erforscht. Klar ist, Schlaf bringt nicht nur unser Gehirn ins Gleichgewicht. Er schützt uns auch vor Krankheiten und hilft sogar beim Abnehmen. Die neuesten Erkenntnisse zu unserem mysteriösen Leben in der Nacht, jetzt. Zusammen mit Albrecht Foster und mir hier im Bett von ZIP. Er ist Biologe, Autor am Institut für Medizinische Psychologie der Uni Tübingen. Herzlich willkommen und gute Nacht, könnte man sagen. Wir haben ja schon den Mond aufgehen lassen. Guten Abend. Schlaf hilft beim Abnehmen, haben wir gerade gesagt. Damit haben wir schon ganz, ganz viele Zuschauer neugierig gemacht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber erstmal, warum testen Sie all das, was mit Schlaf zu tun hat, an einer Meeresschnecke? Ja genau, ich habe hier mal ein Modell mitgebracht. Das ist nämlich eine der größten Schnecken oder auch eine der großen Tiere, die es so gibt. Und es hat besonders große Nervenzellen, bis zu einem Millimeter groß und Gott sei Dank nur ganz wenige davon. 20.000. Eine Fruchtfliege hat schon 100.000, ein Fisch eine Million und wir Menschen sagen und schreiben 100 Milliarden. Und wenn ich ein Problem habe, was in allen Tieren vorkommt, dann nehme ich mir als Biologe das einfachste Tier, was ich finden kann mit den größten Nervenzellen und das ist daher sehr gut zum Erforschen. Zum Erforschen. Arme Schnecke, aber trotzdem, warum müssen wir eigentlich schlafen? Schnecke wie Mensch? Schlafen ist für die Menschen wie Waschen, Schneiden, Legen. Im Schlaf werden unsere Gehirnzwischenräume durchgespült. Die erweitern sich um 60 Prozent und da werden alte Proteinreste ausgewaschen. Gleichzeitig werden unsere Nervenzellen zurückgestutzt, wie so ein Baum im Frühling, damit er danach wieder auswachsen kann. Dann sortieren wir unsere Erinnerungen, das ist das Legen. Wir sortieren ein, was wichtig ist, was unwichtig ist und ziehen neue Querverbindungen. Wir werden so ein bisschen zum Sherlock Holmes in der Nacht. Dieses Durchspülen, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, Warum wir schlafen, hat auch viel damit zu tun, ob man später mal eventuell an Alzheimer erkrankt oder nicht. Also wer zu wenig schlaft, geht ein Risiko, äh schläft, geht ein Risiko ein. Das ist so, ja. Wir sollten, Schlaf ist der beste Schutz für unser Gehirn. Also das ist so eine neuroprotektive Möglichkeit, unser Gehirn zu pimpen eigentlich. Neuroprotektiv, also die, 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 wie sagt man, die Verbindungen beschützend. Ja, das ganze Konstrukt, das ist wie der Ölwechsel fürs Auto. Perfekt. Patrick Dei aus Berlin. Wir haben Sie nämlich gebeten, liebe Zuschauer, uns Ihre Messenger-Fragen zu schicken. Patrick Dei aus Berlin fragt über den Messenger. Wie wirkt sich das Schlafverhalten eigentlich auf meinen Körper aus? Ich arbeite im Dreischichtsystem. Ja, unser Körper erwartet, dass nachts Ruhe herrscht. Zum einen, damit hier sich das Gehirn regenerieren kann. Gleichzeitig ist es aber auch für den Körper wichtig. Unser Darm erwartet, dass da Ruhe herrscht. Darum leiden Schichtarbeiter häufig an Sodbrennen, Magengeschwüren und anderen, ja, Magenproblemen. Gleichzeitig ist der Schlaf ganz wichtig für das Immunsystem. Im Schlaf treffen sich die Immunzellen und bereiten den Tag nochmal nach. Das heißt, Schichtarbeiter werden häufiger krank und haben auch ein erhöhtes Risiko für Krebs. Da gab es sogar vor ein paar Jahren eine erfolgreiche Klage von ein paar Nachtschwächsern, die alle Brustkrebs bekommen haben. Oh mein Gott. Also jetzt nochmal, Sie schreiben auch, dass man während der Wachphase schon schläft. Wie kräht das? Naja, wenn wir total übermüdet sind, dann kann es passieren, dass einzelne Nervenzellgruppen abschalten und schon mal in den Schlafmodus gehen. Dann feuern die nur so einmal pro Sekunde in so einem langsamen, gleichmäßigen Klatschen. Und man hat bei Ratten damals gesehen, dass immer dann, wenn ein paar Nervenzellengruppen sich verabschiedet haben, dass dann die Ratte angefangen hat, nicht mehr so gut einen Test auszuführen. Jetzt kommen wir zum Lernen und Schlafen. Wie das miteinander funktioniert, haben wir erforscht. Der Körper ruht, doch im Gehirn geht die Post ab. Im Schlaf bildet sich unser Gedächtnis. Das zeigen Studien wie die folgende immer wieder. Zwei Gruppen von Studenten müssen Vokabeln pauken, mehrmals hintereinander über einen Zeitraum von drei Monaten. Während die eine Gruppe direkt nach jeder Lernsitzung schlafen darf, muss die andere Gruppe wach bleiben. Die Frage der Wissenschaftler, wie wirkt sich der Schlaf auf das Lernergebnis aus? Das ist eindeutig. Schon während eines kurzen Nickerchens verarbeitet das Gehirn frische Informationen und speichert sie. Die Studenten, die schlafen durften, merkten sich deutlich mehr Vokabeln als die Vergleichsgruppe. Doch im Schlaf Vokabeln hören und sie danach im Kopf haben, das funktioniert leider nicht. Denn für Impulse von außen schaltet das Gehirn während des Schlafens ab. Wir müssen also erst lernen und danach schlafen, um das Wissen zu verankern. Albrecht Fauster von der Uni Tübingen ist bei uns. Musiker kennen dieses Phänomen. Was am Abend noch nicht so richtig klappt, am nächsten Morgen, wie von Zauberhand, funktioniert es am Klavier, mit der Flöte, mit der Bratsche. Lernt das Gehirn im Schlaf auch Bewegungsabläufe? Ja, alles das, was wir tagsüber lernen, wird nachts nochmal abgespielt. Es kommt zu einem tatsächlichen Wiederabspielen der Erinnerungen, sodass sie integriert werden und dass sie quervernetzt werden. So ist es auch, wenn ich mit der rechten Hand eine Fingerübung lerne, werde ich am nächsten Tag mit der linken Hand auch besser sein, obwohl ich die linke Hand nicht trainiert habe. Also auch für Klavierspieler super. Wahnsinn. Sie schreiben in dem dicken Buch, also dass zum Beispiel der falsche Schlaf oder zu wenig Schlaf dazu führt, dass jemand auch dicker wird und gutes Schlafen, gesundes Schlafen letztendlich einen auch schlank werden lässt. Ja, wenn wir eine Nacht durchmachen, dann haben wir am nächsten Tag Heißhunger und das liegt daran, dass wenn wir zu wenig schlafen in der Nacht, dass unser Hungerhormon hochreguliert wird und unser Sättigungshormon runterreguliert wird. Und gleichzeitig bringt es den Zuckerstoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Und es ist so, wenn man zu wenig schläft, während einer Diät zum Beispiel, nur fünfeinhalb Stunden, dann nimmt man nur die Hälfte des Körperfetts ab, wie jemand, der achteinhalb Stunden schläft. Unglaublich, wie das alles zusammenhängt. Michaela Pelzer aus Berlin hat seit zwei Jahren sehr kurze Schlafphasen. Zwei Stunden fest und dann immer alle 20 Minuten wach werden. Ist das gut? Ist das nicht gut? Das Tolle am Schlaf ist, wenn wir den Körper lassen, dann holt er sich seinen Schlaf. Wir müssen uns auch nicht so viele Gedanken machen, wenn wir nachts öfters aufwachen. Das ist ganz normal. Solche Aufwacherlebnisse sind sogar vorprogrammiert. Der Schlaf ist so angelegt, dass wir ab und zu mal aufwachen. Und was sie machen könnte, ist auf den Mittagsschlaf verzichten. Dann hat sie mehr Schlafdruck und dann schläft sie wahrscheinlich besser durch. Ein bisschen weniger Zeit im Bett und sie kann besser schlafen. Dann komme ich zu Ulrike Ruprecht aus Berlin. Sie möchte wissen, was es mit dem Phänomen des Zusammenzuckens beim Einschlafen auf sich hat. Kenne ich auch. Ja, das sind ganz ungefährliche, spontane Muskelentladungen und da muss man sich gar keine Sorgen machen. Das haben wir alle. Dann kommen wir jetzt mal zu Mann und Frau. Auch Mann und Frau schlafen unterschiedlich. Habe ich hier eine Frage. Schlafen Frauen wirklich anders? Frauen schlafen nur ein bisschen länger und ein bisschen leichter. Und der Frage gehen wir noch ein bisschen weiter auf den Grund. Während Männer meist wie Murmeltiere schlafen, sind viele Frauen öfter wach, wenn sie zu zweit im Bett liegen. Schuld daran ist die Evolution, vermuten Forscher. Die Urmenschen schliefen in Gruppen. An der Seite der Frau schlummerte immer das jüngste Kind. Sie wachte über seinen Schlaf. Ammenschlaf nennen Wissenschaftler diesen besonders leichten Schlaf. Auch die weiblichen Hormone sind schuld daran, dass Frauen häufig schlechter schlafen als Männer. Sie grübeln mehr und drehen und wenden im Bett die Probleme des Alltags. Und neben ihnen drehen und wenden sich die Männer. Doch eine der Hauptursachen für den schlechten Schlaf der Frauen ist eine andere. Du schnarchst. Mit über 50 schnarcht jeder zweite Mann. Manche von ihnen erreichen dabei Lautstärken bis zu 90 Dezibel. Das ist etwa so, als würde ein Lkw neben dem Bett entlang donnern. Das möchte ja kein Mensch. Aber Deborah Tasche-Wolf aus Österreich hat uns geschrieben und sie kennt dieses Schnarch-Problem. Was kann man, also man in Anführungsstrichen, Bier, was können wir dagegen tun? Das allerwichtigste ist, auf Alkohol zu verzichten. Und das ist auch der geheime Grund, warum die Männer häufiger schnarchen. Wenn beide auf Alkohol verzichten würden, dann würden sie gleich häufig ab dem 50. Lebensjahr schnarchen. Schnarchen ist das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind. Und ein junger Schnarcher, ich habe hier mal einen Test mitgebracht, der klingt so. Da ist das Stützgewebe im Hals. Jung heißt so zwischen 18 und 30. Genau. Da ist das Stützgewebe noch richtig stark, genau wie die Bauchmuskeln. Der macht auch noch Sport. Und im Alter wird das dann alles ein bisschen schlaffer. Der Muskelaufbau läuft nicht mehr so schnell und ein bisschen wabbeliger. Und meistens kommt Fett dazu, das drückt auch noch drauf. Und dann klingt das eben halt so. Also wir sehen alles, was wabbelig ist. Das kann unglaublich gut im Atemwind flattern. Aber dagegen kann man was tun. Ja, ich merke schon, älter werden ist nichts für Feiglinge. Was kann man denn tun? Wie kann ich denn das hier trainieren? Für den Bauch können wir Sit-Ups machen. Und für diese 20 Rachenmuskeln können wir Gesangsübungen tatsächlich machen. Auch nicht schlecht. Und jetzt machen wir eine mal gemeinsam. Ich hab's mir gedacht. Mund weit aufmachen. Zunge maximal weit raus. Jetzt Zunge zur Nasenspitze, zum Kinn und zur Seite. Und jetzt summen wir dabei noch die Nationalhymne. Reicht. Und das führt dazu, dass wir einmal hinten die Gaumenmuskeln stärken. Wir stärken den Zungenmuskel. Und generell die Rachmuskulatur durch das Summen. Wenn man ja das jeden Tag zehn Minuten macht... Hat man Muskelkater. Hat man ein bisschen Muskelkater. Nach einem Monat wird's weniger laut und weniger stark attacken. Gut, wunderbar. Und das Problem wälzen wir mit dem Problemewälzen der Frauen. Kann man dagegen was tun? Also dieses immer wieder aufwachen, beziehungsweise nicht einschlafen können. Viele Frauen, weil sie einfach die Probleme stärker wälzen als Männer? Ja, ist leider so. Was wirklich toll hilft, ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Eine Stunde vorm Einschlafen sich die Sorgenprobleme, die wir alle mit uns rumtragen, an den Küchentisch verbannen, dort aufschreiben, was einen bewegt, was man für den nächsten Tag plant. Und dann wird das abends nicht mehr vorstellig. Wenn das dann im Bett nochmal kommt, nochmal aufstehen, am Küchentisch, da gehören die Probleme hin. Nicht ins Bett. Und dann wieder weiter schlafen. Und viele ältere Menschen, die leiden unter Schlafstörungen. Ich habe aus Ihrem Buch herausgelesen, das ist gar nicht so gefährlich. Das gehört einfach auch zum Altwerden dazu. Der Schlaf wird ein bisschen dünner und wir werden auch früher müde. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass wir auch morgens, wenn wir morgens um vier Uhr aufwachen und fit sind, dann einfach aufstehen aus dem Bett. Das ist normal, dann ist man halt fertig. Aber es können auch manchmal organische Störungen sein. Im Alter haben wir häufiger zum Beispiel die sogenannten Restless Legs. Das sind schmerzenzuckende Beine gerade abends, die uns nicht einschlafen lassen. Und da hilft es, auf Eisen zu gucken und gegebenenfalls beim Arzt Dopamin-Agonisten verschrieben zu bekommen. Herr Forster, ein Riesenthema. Ist ja auch ganz schön dickes Buch. Und Sie haben uns drei Bücher mitgebracht. Liebe Zuschauer, Sie können diese drei Bücher bekommen. Wenn Sie schnell sind, schreiben Sie uns auf allen Kanälen entweder eine Postkarte an unsere Adresse oder Sie schicken uns über den Messenger eine Bewerbung oder vielleicht auch eine E-Mail. Vielen herzlichen Dank, Herr Forster, dass Sie bei uns waren. Jetzt legen wir uns einfach wieder hin. Man sehen, macht weiter. Also, gute Nacht.